Habt vielen Dank. Ich glaube nicht, dass wir einen weiteren Angriff hätten abwehren. Quintus muss unentwegt an Trolle denken, was ihn ungemein ärgert. Ich weiß nicht genau, aus welcher Jauchegrube sie gekrochen sind. Aber sie muss sich irgendwo in der Mine befinden. Zum Teufel mit Mundus. Mundus ist ein Erdmagier. Zumindest bezeichnet er sich als solchen. Er lebt tief im Inneren der Mine. Normalerweise lässt er sich nicht blicken und taucht nur auf, um Vorräte zu kaufen. Er ist ein Einsiedler. Deswegen hat er sich einen verlassenen Tunnel als Unterschlupf ausgesucht. Sein Spezialgebiet ist die Macht von Rune. Er setzt sie als eine Art Portal ein, durch das er alles herbeizaubert, was ihm einfällt. Aber vor einigen Tagen hat er einen Schwarm aggressiver Mücken beschworen, um diesen Ort zu terrorisieren. Seitdem haben die Dorfbewohner sich geweigert, ihm Nahrung und andere Waren zu verkaufen. Ich fürchte, dies hier könnte seine Rache sein. Ihr habt uns gezeigt, wozu ihr fähig seid. Bitte begebt euch in die Mine und haltet diese Angriffe auf. Wir können nicht viel länger durchhalten. Sie hatten zuletzt zwar kaum eine ruhige Minute, aber das sollte kein Problem sein. Ich muss euch jedoch warnen. Leutnant Brutus wäre nicht erfreut, wenn ihnen etwas zustoßen würde. In Ordnung. Nero, Caligula, zur Mine.